Okay, sieht gut aus. Okay, da geht's runter. Da geht's auch runter. Gehen wir einfach mal da runter. Hm. Okay. Irgendwelche Geheimgänge hier gewesen? Nein. So, kommt es nach oben hier. Nein. Da macht der nichts. So, wo gehe ich jetzt weiter? Gehen wir einfach mal da weiter. Darunter. So, kommt es da. Da passiert nichts. Dann nach rechts schauen. Oh. Your victim was carrying two small pieces of wood. Apparently something that needed to repair. You successfully search a victim's satchel, but nothing in it is of value. So, und der da hinten schießt auch schon auf. Der da hinten schießt auf mich. Ein Gold. So, wo ist der blöde Umhang nur? Geil. Ist das Mithril? Geil. Und ich kann wieder nichts mehr tragen. Okay, dann muss wieder Stahl weg. Haben wir den da weg? 924 Gold. So. Nur diese eine Tür. Mal sehen, wo sie ihn führt. War da gerade was? Nein. Okay, in einen Gang. Schauen wir schnell wegen der Fackel. Warte, da hinten ist auch noch eine Fackel. Die muss ich dann auch noch testen. War ich beim Rückweg? Hoffe ich zumindest, dass ich dann daran denke. Ich glaube nämlich nicht, dass es hier eigentlich weiter geht. Aber es geht hier weiter. Na gut. Gehen wir da mal rein. Dafür rum wie ein besoffener. War ich hier schon mal? Ich glaube, ich war hier schon mal. Ja, da bin ich links runter. Okay. Umdrehen. Ähm, da hin. So. Dann geht es jetzt hier hoch. Oder? Genau. Speichern. Hier oben? Nein. Ist nichts. Da haben wir eine Fackel. Aber da passiert nichts. Vier Gold. Zwei Gold. Na gut. Zwei Schurken. Haben ein bisschen Gold. Dabei gab es nur 68 Gold. Und hier 204 Gold. Und eine Menge Schätze. 96 Gold. Und zu guter Letzt. Und zu guter Letzt. 156 Gold. So, schnell speichern. Ist da hinter noch was? Nein. Hier gibt es auch keine Geheimgänge mehr oder so. Das heißt, hier ist Schluss. Na gut. Ach, die Fackel habe ich schon gehabt. Äh, dann zurück. Okay, da runter. Und da runter. Und hier hin. Und da links war die Fackel, die ich noch testen wollte. Okay, aber da passiert nichts. Hier gab es auch nur diese eine Tür. Also kann ich da hin zurück. So, und jetzt? Geht es da weiter? Na gut. Speichern. Hier ist auf jeden Fall Schluss. Na gut. Hier gibt es gar nichts. Ups. Und dann? Hier geht es schon zurück, oder? Ja. Und da oben dann rechts weiter. Speichern. So, wo bin ich denn jetzt? War ich hier schon mal? Nein, war ich nicht. Gehen wir diesen mal geradeaus. Okay. Hä? Hier war ich aber schon mal? Hier war ich schon mal. Egal, dann gehe ich jetzt da weiter. So, kurz nachschauen. Keine Fackel gesehen. Hier ist eine Fackel. Aber da passiert nichts. Da haben wir hier jemanden. Zwei Gold. Bye, bye, Baba. 480 Gold. Ist das Elfen? Nein, das ist Kette. So, speichern. Und hier ist nichts. Na gut. Zurück. Dann geht es jetzt nach rechts lang, glaube ich, oder? Genau, da entlang. Nochmal speichern. Langsam wird es doch Zeit, dass wir mal diese Ruhe finden. Zwei Gold. Oh, das sieht aus wie Ebenholz. Nein, aber Adamantium ist es. Okay. Und nochmal Adamantium. Zweimal Adamantium. Geil. Können wir das hier wegkauen? 324 Gold. Nicht schlecht. Okay. Okay. Fünf Gold. Bye, bye mit dir. Gespenst. So, speichern. Dann wäre eine Fackel. Da passiert nichts. Und das war's. Na gut. Dann da weiter. Da passiert nichts. Ein Gold. Nein. Moment mal. Ich könnte es noch überleben. Ja, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. So, was ist das für ein Buch? King Edward, Part 9. Den nehmen wir mit. Mist. Ach, ich hab... Diesem... Ich hab auch noch gar nichts gelesen in dieser Aufnahme. Aber ich glaub, dazu werd ich auch nicht mehr kommen. Das ist, glaub ich, Elfen, oder? Elfen! Das geht auch wieder nicht mehr. Hier ist irgendwann Audio-Bug. 948 Gold. Kurz speichern. Und jetzt gehen wir hier schnell raus. Ach, Gott sei Dank. So. Hier sind Gegner in der Nähe. Die auch. Hier auch. Hier nicht. Zwei Schritte. Juhi. Selbst in den Trickpockets wurden verbessert. So. Jetzt wieder so lang wie möglich nicht mehr... ruhen. Okay. Ach, sieh an. Wir sind hier direkt am Anfang. So, okay. Es geht da also nach Süden dann. Weiter. Hier sind wir hergekommen. Und da sind wir noch nicht entlang. Ich geh schon runter. Ein Goldstück! Die Ratte hat sich noch irgendwann selbst umgebracht. Nach einem Nehmen mit mal Ratte ist ja ein natürlicher Feind. Die kriegt, glaub ich, gar keinen Schaden, oder? Bin ich da jetzt eigentlich reingegangen oben? Ja. Okay. So, hier ist Wasser. Vielleicht... Ja, hier irgendwo in der Nähe. Hoffentlich zumindest. Na, hier gibt's eine Fackel. Bei der aber nichts passiert. Ah. Nein. So, jetzt. Dann hier. Passiert auch nichts. Geheimgänge. Gab es nicht. Bisher. Hier geht es vermutlich tiefer. Ja. Hier geht es tiefer. Und da vorne. So, der Dräuke ist hin. So. Was ist das jetzt? Eine Nymphe oder eine... Wie ist sie? Lamia oder so? Eine Nymphe. Zwei Gold. So, Lamia. 156 Gold. Es liegt da noch ein Schatz. Nein, hab ich mir nur eingebildet. Aus irgendeinem Grund hab ich plötzlich wieder volles Leben. So, schnell da raus. Dann hier noch hinter. Aber hier ist... Hier ist nichts mehr. Okay. Dann gehen wir jetzt direkt ins Wasser runter. Ach, da haben wir ja was. Da. Fünf Gold. Ich glaube, er ist runtergefallen. Keine Ahnung. Ich glaube, er ist durch den Boden gefallen. Gehen wir erstmal da rechts rein. Ah, geöffnet. Ich glaube, er ist hier noch Stahl. 684 Gold. So, hier ist nichts mehr, wenn ich das so richtig sehe. Nur noch der andere Weg. So, und hier ist jetzt gleich mal gar nichts. Dann sind wir hier fertig. So, und genau jetzt ist Beyoncé aus. Also, gleich. Jetzt. Ach, das war dein Raum. Genau. Ich dachte schon, ich hätte das übersehen. So, dann wären wir hier auch fertig. Dann geht es, glaube ich, durch die Tür zurück, oder? Genau. Und hier weiter. So. Nirgendwo ist was. Nein, keine Geheimgänge. Bei der passiert auch nichts. Ach, sieh an. Jetzt sind wir hier. Na gut. Rückwärts. Jetzt werden wir vermutlich da auch noch zurück müssen, oder? Da bin ich da hergekommen. So, da war nichts. Also, da wieder hoch. Geradeaus. Und dann. Der Dungeon ist ein bisschen groß. Bin ich tatsächlich wieder hier? Geil. So, links, rechts. Links ist nur ein... Wann mal, aber rechts auch. Aber rechts geht es nicht mehr weiter. Also, nach links muss ich. Wo habe ich denn das Monster gehört? Keine Ahnung. Also, hier muss ich zurück. So, und hier? Bin ich... Bin ich da hergekommen? Könnte sein. Ich glaube, hier war ich zwischendrin mal. Oder hier ging es nicht mehr weiter. Eins von beiden. Sieht aber fast so aus. Ah. Da komme ich wieder daher. Das heißt, ich war hier schon mal. Ja, okay. Nach unten geht es auf jeden Fall. Ach, genau. Jetzt kann ich mich auch wieder daran erinnern. Sag ett Mal. Und dann... An... Angelletungs 222. Und dann geht eine Sache. Es sieht gut aus. Und da wieder eher nicht ganz gut.